Hey ihr Bossbezwinger, willkommen zurück zu Remnant from the Ashes. Ja, ich habe letztes Mal einen Boss gekillt und dieses Mal ist wohl wieder ein Boss dran, denn... Gut läuft's, danke. Äh, ja. Ah, jetzt gibt es ja Luminidkristalle, sehr schön. Oh, das hat aber ganz schön viel gekostet jetzt. Das auch und jetzt haben wir kein Geld mehr. Scheiße, ich wollte eigentlich noch was upgraden. Ich wollte beziehungsweise noch ein Herz holen. Oder hier die Waffe. Na, machen wir dann gleich, wenn ich den Boss habe, vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe nämlich noch was übersehen. Ich hatte noch einen Weg übersehen, habe mich schon gewundert, wie es weitergeht. Aber schön, dass ihr dabei seid, liebe Leute. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt mal einen Boss kalt, hoffe ich. Die sind ja immer so ein bisschen stressbeladen, weil sie dann immer so viele Gegner spawnen. Der eben war auch wieder okay, also im letzten Part. Er hatte schon so ein paar Ads dabei, die hat er mal raufbeschworen, aber die waren zum Glück relativ selten, wenn man wusste, wie man es aufhält. Weil ich finde das immer so ein bisschen unnötiger Stress, dass man einfach die ganze Zeit das Krop-Zeug miterlegen muss und muss auf den Boss achten, wie er einem irgendwelche fetten Sachen um die Ohren wirft. Finde ich ja nicht so geil. Aber ich habe noch ein bisschen was rein. Adrenalin und jetzt mal sehen, was kommt. Na klar, ist der Teleporter ansturmt. Oh, oh. Kann ich sehen, wie Maske runter ballern. Oh nein, nicht die schon wieder. Oh nee. Natürlich beschwört er wieder Gegner rauf. Oh nein, nicht die Schmerzen. Oh nein! Stirb, 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 stirb. Aus. Halt, 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 schnell. Ah, ihr Scheißer. Ja, das tut ja gut. Äh, äh, äh. Au, au, au. Das ist der Bösheit, ich brauchst du mir übrigens nicht sagen, ne? Ja. Au, 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 au. Mach mal nicht den Scheiß Viecher. Äh, äh, äh. Komm, die Munition reicht noch. Ja. Ja, mach schon. Ah, stirb jetzt. Ja, du Penner. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Oh, endlich vorbei. Ja, oh, endlich vorbei. Phasen, äh, Phasensperre, was? Phasensperr-Splitter? Warte mal, jetzt, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Ist das ein Speer? Nein, Phasensperr-Splitter. Also das Ding. Phasensperr-Splitter. Äh, 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 die Anna, ja, die Anna haben das Geheimnis dieser Welt entdeckt. Die Verbindung zwischen allen Dingen. Selbst abgefallene Blätter und Zweige behalten ihre Bindung zu Jascha. Meine Güte. Was ist denn mit mir los? Ich bin gerade ein bisschen durch. War auch ein etwas sehr hektischer Kampf mal wieder. So ein bisschen Adrenalin. In meinem System. So, da geht's raus. Aber ich muss natürlich erstmal alles hier... Wisst ihr, Schrott ist wichtig. So. Ausgerechnet hier gibt's so viel Schrott. In der Bosskammer. Aha. Noch was. Munition sparen macht ja keinen Sinn hier. So. Wie noch was? Nee. Aber ulkig, ja. Das war jetzt wieder so ein... Superschneller, ekelhafter Boss, der Gegner raufbeschwört. Hab ich doch vermutet schon, dass sowas kommt, oder? Es ist mal selten, dass Bosse sich selbst genug sind als Herausforderung. Nee. Die müssen immer noch... Ihr kleines Fußvolk dazu rufen, dass ihnen hilft. Ja, man merkt halt wie gesagt deutlich... Multiplayer, ne? Multiplayer ist das. Die Muddi muss helfen kommen, wenn man es nicht alleine schafft. Muddi, mach mal den Boss. Alles klar. Ich bin Support, du bist DD und wir brauchen noch einen Tank. Ja, aber ich glaube im Multiplayer wäre das hier echt stressig geworden, weil die Gegner haben ja dann viel mehr Lebensenergie. Das ist ja leider mal die Regel immer. Warte. Aber ich glaube, die haben es mittlerweile auch gepatcht, oder? Ich habe irgendwas gehört, die hätten das gepatcht. Weil gerade viele fanden es, wenn sie zusammengespielt haben, sehr frustig. Na? So. Ja, aber cool. Die Bosse sind alle so Ziegen basiert, oder? So, so Ziegen Theme, kann man sagen. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Guck mal, aber es sieht halt vom Layout genauso aus, wie das vorherige. Wie der vorherige Level. Alles wie der Grab, überall so Nischen, diese Wabenstruktur. Na ja. Gut. Ich weiß gar nicht, sind die Level Hand gebaut, oder sind die halt einfach so zufällig generiert? Ah. Und sieht mal, wie ich sagte, hier ist die Tür, die ich jetzt öffnen kann. Und da geht es dann weiter. Na, ist hier was? Nicht mal versteckter Gegenstand. Schade. Da ist nur die Händlerin jetzt wieder. Da komm, ich gönne nochmal den letzten Drachenstein. Und werde erstmal kurz an den, an den Weltstein gehen, dass ich mich wieder auflade. Und dann, gehen wir noch die beiden Wege ab, die verblieben sind. Weil, ich glaube, das Stück hier unten, das ist nicht mehr allzu viel. Das wird nur ein kleines Geheimnis sein. Ach ja. Ey. Komm mal, halt lang. So. Komm, da ist er schon wieder. Du kleiner Hoden. So. Ich freue mich aber, wo noch ein Teil ist, muss ich vielleicht noch ein paar Geheimnis von ihr mitnehmen für Geld. Ich habe ja schon ein paar gekauft und dann hat sie zwei Teile der Rüstung im Angebot gehabt. Aber die dritte? Hm. Weil es hat sich ja wiederholt, die Tipps, die sie mir gab. Und ich finde das hier irgendwo noch. Weil ich glaube, jede Welt hat so ziemlich eins, zwei Geheimrüstungssätze. Hä? Ist ja gar nichts. Obwohl der Weg hier so abgeschnitten ist. Ja, komisch. Ja, da ist das hier jetzt der einzige Weg, den wir noch gehen können. Großartig. Wo war denn noch mit dieser Kampfarena, wo ich die, dieser Türfrau da kennengelernt habe? Das war im anderen Abschnitt, schätze ich. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Achso, ich habe auch wieder Punkte. Drei Stück. Yes. Äh, wir nehmen mal. Ich weiß nicht. Das ist halt schon ziemlich verlockend, die beiden Skills hier. Andererseits würde ich auch hier den Nimmersatt gerne weiter. Dass sie dann halt 50% schneller nutzen. Und mit dem Regen 75. Äh, das ist schon richtig krass, wenn man überlegt. Plünderer, ja. So. Na, wir wissen ja, jetzt kann man eh nur bis 20 steigern. Von daher, ich denke mal, so New Game Plus, dann hat man alles irgendwann maximiert. Weil das sind ja irgendwie immer nur 1500 Erfahrungspunkte, oder? Das steigert sich auch nicht mehr. Sind immer 1500. Hier, 1500. Das ist immer pro Level das, was man haben muss. Deswegen wird es auch irgendwann nicht so Ox... Äh, Ox... Erbitant. Exorbitant hoch. Die Erfahrungspunkte, dass man da fünf Stunden lang grinden müsste für. Sondern man kann eigentlich jedes Mal... Davon ausgehen, dass man so... Ja, pro Boss oder pro Stunde, sag ich mal, so zwei, drei Level macht. Locker. Aha. Oha. Ach, hier muss ich das Teil benutzen. Ah, seht ihr mal hier. Kuriosität. Zack. Ist das ein riesiges Garabeus? Oh, ach du Kacke. Ist das ein Boss? Was ist das für Zeug? Ich.. Was ist das für Zeug? Es ist mir Gesichtsschutz. Oh mein Gott. Der saatschreckt. Au, au, au. Oh mein Gott. Was? Au. Ey. Au. 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 Aber ich bin verseugt, scheiße, ja cool. Aber ich hätte auch noch husten mussten, das ist das Problem bei der Saatfeule da. Ja genau, es ist doch ätzend, ja ich muss halt die ganze Zeit husten und deswegen kann ich nichts machen. Was geht dagegen verseucht nochmal? Elixier, ja. Ich habe es geschafft, also ich bin los geworden, aber der ist noch nicht tot. Dann mache ich das mal hier auf den Verband, na gut. Das war knapp. Aber ich habe ihn nicht besiegt, wie gesagt, ich habe die Hälfte abgezogen. Gerade mal. Kommt der jetzt wieder? Was habe ich denn eigentlich für ein Gegenstand bekommen, sag mal. Gegenstand, Harmonie, Jägerin, Mutter, Schwerkraft, Stärke, Hüter. Elementarschäden. Was habe ich denn hier bekommen, sag mal. Ich weiß es nicht, war das ein Amulett? Das... Oh, Damage? Ne, das war es nicht. Ach Kinder, ich weiß es nicht mehr, das war eben, das ging eben viel zu schnell. Ich habe mich dann sofort auf den Boss konzentriert. Was mache ich denn? Hier Waffen. Was, eine Waffe vielleicht? Ne. Der Zerstörer, den hatte ich schon... Was war das denn eben? Ich bin gerade total verwirrt. Glänzender Beinschutz. Glänzende Rüstung habe ich ja schon. Den Kopf hatte ich noch nicht. Oh, das war der glänzende Gesichtsschutz, oder? Aha. Ich glaube, das war der glänzende Gesichtsschutz. Gut. Ich will mal gucken, ob der vielleicht doch nochmal kommt jetzt. Ekelhaftes Vieh. Ne. Das war jetzt aber auch kein richtiger Boss. Oder vielleicht war ich einfach zu schlecht und zu langsam und habe ihn deswegen nicht killen können. Oder er kommt noch ein anderes Mal. Ha. Aber jetzt habe ich wieder das Problem. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe alles erledigt jetzt. Jeden Weg bin ich abgegangen. Hier. Ich muss immer noch Forts Spur im Dschungel finden. Aber wow. Ciao. Oh, warte mal jetzt. Da liegt was. Ist die Händlerin. Oh nein. Die Händlerin ist tot. Die ist von dem komischen Zeug befallen. Kriegt es weg das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Okay, da. Ihr nervt. So пут録. Okay, ich muss immer noch ein mirand. Die sind. So. Warte mal jetzt. Ah! Oh mein Gott, okay. Oh, Segen des Wächters. Oh, was war das jetzt bitte? Warum ist sie befallen? Kill it with fire. Ausbrennt, wirklich. Okay. Also hat sie nicht gereinigt. Ich habe kein Material bekommen, nur die Eigenschaft Segen des Wächters. Für ihn hat er Nahkampfschaden. Okay. Oh nein, sag bloß, das Vieh hat jetzt alle hier verseucht und befällt alle. Die ganzen Welten. Ich glaube, ich mache hier mal ein bisschen sauber und da gehe ich, gehe ich die Welt nochmal ab. Zieht euch. Au. Stirb. So, die Kreischer noch. Flieger down, meinst du? Was machen die in der Hütte? Warum fliegen die hier rum? Blöden Mistviecher. Na gut, komme ich gerne mit den Stein und schaue mal, wo ich hinkommen kann. Ach man, ist das doof. Die Händlerin ist die. Warum? Achso, warte mal. Ich habe ja auch den Ring bekommen. War das der Ring, den sie mir für 100.000 verkaufen wollte? Tatsache. Huh. Für ihn hat er Nahkampfschaden. Wenn ich halt mehr als zwei Ringe tragen könnte, ne? Erhöht Fernkampf und Nahkampfschaden. Dann nehme ich dafür mal lieber den hier. Für ihn hat er Nahkampfschaden. Oder erlittenen Nahkampfschaden. Wenn ich selber weniger machen würde, wäre das ziemlich beschissener Ring einfach nur. So. Oh nö. Komm gerne jetzt nicht. Oh man. Ist doch scheiße. Haben die jetzt hier alles übernommen? Die Saat mal wieder. Ich gehe mal zur Waldlichtung. War das, ne warte mal. Das war dem Durchgang. Jetzt weiß ich es wieder. Das war dem Durchgang. Oder? Nein. Da war der Glockentyp. Der Glockenmann. Hier. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Oder da oben glaube ich. Warte mal. Ich gehe mal zur mittleren Festung. Ich muss ja immer noch die Spur von Fort finden. Aber wo finde ich die? Wenn ich hier. Guck mal in die Ruinen. Ah. Ich frag mich. Was wäre passiert? Hätte ich den besiegt? Jetzt beim ersten Mal wäre dann die Händlerin noch am Leben. Das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Ich gehe einfach nach Norden. Muss ja nicht hier den ganzen Umweg nehmen. Alle. Alle. Ich muss sagen. Ich fand die Sumpfleute noch krasser. Die Käfer und alles. Oh super. Na. Kommt da noch mehr? Auch jetzt. Mh. Man müsste immer Zeug fallen lassen. Aber krass. Wenn man sich anschaut. Wie die Saat auch hier dann die Leute beeinflusst. Die Feinde. Oh. Au. Also die Angriffsfolgen bleiben trotzdem noch dieselben von den Viechern. So. Ach ja. Hier haben wir eine Lieblingsstatue wieder. Hört sich wieder an als wäre da was. Aber da ist doch nichts oder? Ach ne. Wieder so ein Fuzzi. Ja. Ich da mal nachgeladen hab. So. Hier müsste es jetzt gewesen sein, oder? Die Ruine war ja nicht wirklich auf einer Oberweltkarte, sondern irgendwo in so einem Dungeon-Ding. Hoffentlich werde ich da jetzt mehr finden, weil was soll ich sonst noch machen? Ich hab ja schon alles abgesucht. Wahrscheinlich muss ich jetzt echt überall einfach nur dieses Teil erledigen. So. Diesen Saat, Keimling oder was auch immer das war. Ach nein, ihr Scheißer mit den Armbrüsten wart ihr wieder hier, ne? Komm, bitte machen wir jetzt nicht allzu viele Probleme. Ich muss einfach nur hier durch, ja? Seid so lieb. Ich könnte ja auch durchschleichen, aber ich glaube, das macht nicht viel Sinn. Die entdecken mich und dann kommen sie auch von allen Seiten wieder. Oh nein. Ah, wie schmeckt ihr das? Was ist das? Oh. Was ist denn auf Eisen? Ha, ha, ha. Ah. Ich würde es schrägen, glaube ich nicht drüber. Die machen halt leider schon sehr fetten Damage, die Typen. Au. Nee. Warum macht der nichts? Da hast du mir auch recht. Super. Aha. Au. So. Blöden Viecher. Die blöden Ziehenviecher. Ja. Viecher es ist. Das war übel. Ist ja noch nicht vorbei. Satz mal ab. Da kommen noch welche. Ja. 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 Ich hoffe, das war es jetzt. Oh Mann, oh Mann. Ich hoffe auch wirklich, das war richtig jetzt hier da lang zu gehen. Weil was soll ich sonst machen? Soll ich jetzt in die Basis zurück? In die 13? Oder? Ich habe halt keine Ahnung. Da steht, ich soll eine Spur von Fortfinden. Aber wo? Die ist ja jetzt kalt, würde ich behaupten, da wo wir alles gemacht haben. Ach nee, das war hier doch der Glockenheini, oder? Da war der Glockenheini. Da war es ja doch im ersten Abschnitt wieder mal. Ja, genau. Der Regen der Prüfung. Und da komme ich wieder hinten raus, wo der Tempel ist. Die Tempelruinen. Aber könnte jetzt auch was Neues kommen? Ich weiß nicht. Nee, natürlich nicht. Tja, nun. Nee, da ist nichts mehr. Ach, Scheibe. Scheibe. Da hole ich mir, glaube ich, jetzt erstmal den Stuff noch aus der 13. Und dann gucke ich mal, was hier noch so zu tun ist. Weil die Spur, wie gesagt, da ist keine Spur. Keine Spur. Ja. Warte mal, im Süden, da war ja nur das hier. Da war der Eingang. Hm. Da oben bin ich jetzt einfach hier rumgegangen. Da vielleicht nochmal den ersten Bereich. Warte mal, im ersten Bereich war ja im Süden. Ah, ich glaube, ich habe es raus. Ich weiß, wo es ist. Und hier unten ist ja noch so ein Totenkopf. Das heißt, ist hier noch ein Boss, oder wie? Seht mal unten an der Karte. Das heißt ja, immer hier in dem Bereich ist, glaube ich, noch ein Bossgegner zu finden. Oder nicht? Ich gehe nochmal da runter. Vielleicht kommt hier auf dem Platz jetzt hier noch was, der so leer war. Au. Hi. Stimmt ja, die sind auch wieder da. Meine Freunde. Und Kupfer, äh, Sticher. Ich gehe jetzt hinter mir. Ne, vor mir. Müssten sie. Die Knarre ist halt alleine schon wegen dem Flammenwerfer so gut eigentlich hier. Das SMG. Kann man nicht anders sagen. Ach, das ärgert mich jetzt ein bisschen, Leute, dass ich jetzt so auf der Stelle trete. Und ich hoffe, dass, ja, das Mutti wird euch trotzdem noch zuzugucken, gerade ein bisschen. Weil, das ist halt schon leicht doof, dass man hier sogar eine Zielführung hat. Einfach so, geh mal hin, da und guck mal und vielleicht, ne. Aber hier auf dem Platz, da muss doch eigentlich was sein. Das sieht schon so, ne, nicht unbedingt nach Boss-Arena, aber es sieht schon so, so bossig aus. Oder ob es hier noch irgendwo lang geht. Ich weiß nicht. Naja. Ansonsten würde ich sagen, ich schau mal bis zum nächsten Mal. Ich erkundige mich mal. Oder ihr schreibt es mir in die Comments, wie es weitergeht. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ah, nein. Nö, 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 nö. Ist egal, ich setze mich jetzt eh nochmal hin. Vielleicht ist er jetzt doch wieder hier, der Kerl. Oder ich mache jetzt so ein paar Minütchen dran und gehe einfach mal in die Arena. Äh, nicht in die Arena, meine ich in die... Guck mal, daneben ist ja auch noch ein Pfad. Hier. War ich da schon? Natürlich nicht, aber ich meine... Geht's da auch rein? Da geht's rein. Wow, ich bin so ein Held. Oh man. Ich habe ja echt noch einen kompletten Weg übersehen, einfach. Oder? Geht's hier noch viel weiter? Na? Habe ich mal gespannt. Also hier geht's wieder raus, auf jeden Fall. Na cool, dann haben wir ja noch einen ganz neuen Abschnitt nicht entdeckt. Aber trotzdem diese Saat. Warum hat er jetzt die arme Ziege getötet? Die arme Gesichter-Dingens? Hätte ich das verhindern können oder nicht? Andererseits habe ich den Ring bekommen, also das ist jetzt auch nicht so tragisch. Und die Rüstung habe ich mir vorher gekauft. Ja, ich weiß, es ist irgend so eine random fremde Ziege. Und ich kannte sie nicht, von daher. Aber cool. Wir haben den nächsten Stein entdeckt, Leute. Das heißt, ich mache hier mal Schluss. Danke fürs Zusehen, wie immer. Wir sehen uns wieder, hoffe ich, zu Remnant. Lasst mir ein bisschen Liebe da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Wir sehen uns. Und bis zum nächsten Mal.